Okay, ja, mein Name ist Daniel Pelikan von der Firma lokaid.de. Nürnberg hat ein neues Wahrzeichen seit Sommer 2012. Da wurde die Firma lokaid.de gegründet von Martin Netter, Markus Römer und mir, Daniel Pelikan. Was ist eigentlich lokaid.de? lokaid.de ist eine Online-Vermittlungsplattform für Events. Das heißt, man, eine Online-Vermittlungsplattform für Events, das heißt, man vermittelt sozusagen, beziehungsweise wir vermitteln Dienstleistungen und Locations aus der Eventbranche zwischen den Anbieter und den Event-Nachfrager, also den Event-Planer sozusagen. Kurzes Beispiel vielleicht, also wenn Sie beispielsweise nächsten Monat Geburtstag haben und eine große Party noch dafür schmeißen möchten und dafür von Ihren Facebook-Freunden vielleicht von den 400 Stück 200 einladen möchten, brauchen Sie natürlich eine ausreichende Location, die groß genug dafür ist. Sie können selbst nicht kochen, brauchen ein bisschen Verpflegung oder Ähnliches, deswegen brauchen Sie noch einen Catering-Service, Musik, einen passenden DJ für die Unterhaltung gegebenenfalls, noch einen Feuerspucker und einen Fotograf, der das Ganze noch festhält. All das finden Sie auf loka.de. Also loka.de, kurz gesagt, bietet Ihnen die Möglichkeit für die passende Location und Dienstleistung und das total einfach und schnell. Also Sie werden sozusagen gefunden und müssen nicht lange danach suchen. Wieso gerade loka.de und wieso nicht auf irgendeiner anderen Plattform von unserer Konkurrenz? loka.de bietet die Sicherheit, wir sind jetzt gerade im Gespräch mit einer großen Versicherungsgruppe, die für loka.de eine spezielle Reise, eine Art Reiserücktrittsversicherung, wie man es aus der Reisebranche kennt, aber bei uns ist es eben eine Event-Rücktrittsversicherung, wird extra für uns erstellt. Wir bieten Qualität, das heißt, wir sind wirklich direkt bei dem Anbieter vor Ort, also überprüfen auch wirklich sein Profil, ob es wahrheitsgemäß ist mit einer Art Checkliste, die wir dann abhaken. Das heißt, dadurch wollen wir eben Fake-Profile auch vermeiden. Wir bieten Transparenz, ähnlich wie bei Facebook, wir versuchen die komplette Kommunikation zentral auf unsere Plattform zu bringen, durch ein integriertes Mailing-System, ist das alles bei uns sozusagen vor Ort, eine Transparenz in der Kommunikation. Kosten, bei loka.de gibt es grundsätzlich keine Kosten, wir verdienen eigentlich nur damit, mit der erfolgreichen Vermittlung. Ja, und deswegen loka.de, wo sonst, unser Slogan, dann können wir noch eine weitermachen, bitte. Genau. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn Sie jetzt mal auf unserer Facebook-Fanpage vorbeischauen, beziehungsweise auf Twitter uns folgen oder auf Google Plus ein bisschen plassen oder direkt auf www.loka.de und einfach mal unsere Teaser-Seite anschauen. Im Januar 2013 gehen wir dann online. Danke, Daniel. Vielen Dank.